Jo Leute, was geht ab? Wir gehen heute auf den hungrigen Hugo und zwar da wird mir warmes Herz. Ich bin sehr gespannt. Entspannter Lachmuskeln, abonniert unseren Channel und wir starten los. Rentner Fettfinger. Okay, wir haben wieder GTA, okay. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Hast du die Ansage von Fritz Meinicke an Reaktion Streamer gesehen für dieses Projekt? Live von einem Streamer in der Nammfeld. Hallo Miki, hast du das mit Fritz Meinicke und dem Video gehört? Hey Miki, hier ist ein neuer Zuschauer. Hast du das mit Fritz Meinicke? Hey Miki, hast du das schon mitbekommen mit dem Video mit Fritz Meinicke? Du Miki, hallo? Hast du das schon mitbekommen mit dem Video? Hey Miki, hallo? Ja, wo seht ihr die Menschenmenge? Hey Jungs, brennt es bei euch? Hey, die Zigaretten ausmachen! Jungs, brennt es! Er brennt! Huwha Da habe ich umgebrachten Ey du spitze Hey Jux, tut mir leid, ja Oh nein Ich glaube altes... äh euh Intelligenz mäßig passt die ziemlich gut zusammen No Front or so, aber der passt nicht schon hin in den Club. ... ganze Würfelpack, ganze Kwarman-Team mit uns, wenn wir neue Gang kommen, er die Rote, die Krips, wir machen euch alle kaputt, Junge! Oh mein Gott, oh mein Gott, what the fuck? ... und alle so, wir machen euch alle kaputt! Kicker-Tanzer-Lachen, das ist ziemlich cool. Ich hab Jet-Fliegen nie gelernt, Bruder, also ich sturz direkt ab, wie Commander Kriegers YouTube-Karriere. Boah, das ist geil! So, er ist ein Level 13 erwiesen. Oh nein, come on, die Arme. Jedes Mal wieder hops genommen. Alter, das ist ja mal ne Riesenportion. Warum nicht? Du hast genug Essen. Man kann ohne Essen irgendwie 5,5 Stunden überleben, wenn du nicht bewegst. Okay. 5 Stunden Leben ohne Essen, wenn du dich bewegst? What the fuck? Okay. Bist du bescheuert, oder was, Alter? Ich will selber mitraten. Ich will selber mitraten. Dumm! Einfach dumm! Ja, ja, jetzt kommt wieder Fake. Du verblödest ja bei dem Zeug! Du wirst ja blöd an! Du verblödest! Das ist Baby! Das ist Baby, ganz klar! Oh mein Gott! Und warum läuft da Fortnite-Musik? Ich sammle Spielstunden im Hintergrund für Fortnite. Oh, das ist schlimm, das ist schlimm! Wir haben es immer wieder Spaß machen! Ja! Oh... Crap! Oh! 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 Ah, will nicht passieren. In welcher Stadt steht das Ulmer Münster? In Münster. What do you wanna do, baby? Das Ulmer Münster. Ja, fifty-fifty-talks, ne? Münster... Ich hab drei Gehirnzellen und da verbrauch ich zwei zum Atmen und mit einer trinke ich meinen Pullen. Sagst du den Nudeln gefallen dir, oder was? Ich weiß, dass du normal nix bekommst, aber weil du noch ein kleiner Kranke erkälteter bist... Oh mein Gott. Okay, jetzt aber. Zur Kamera. Doxu! Schießt es aus, lass mich! Und einer... Pfff... Friendly Fire. Der Punkt war gerut. Es ist alles nass. What's up? Bro, er hat den halben See mit rausgenommen. Ich will nur, dass du irgendwo so'n Fisch verrummst hast. Okay, Entschuldigung. Chef Strobel im 10-Tage-Stream-Event. Du bist zu laut. Mann! Du bist zu laut, Herr Strobel. Du bist zu laut. Ich mei's nicht ab, wenn ich Fiefer spiele. Ich mei's nicht ab, wenn ich Fiefer spiele. Ey, warum f*** mich alle ab, wenn ich Fiefer spiele? Du in zwei Richtungen. Er redet gar nicht mehr. Komm bitte, 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 bitte. Ich hab hart so rum auf ihn. Guck mal jetzt auf ihn weiter. Mann, du bist doch einfach nicht ab, wenn ich Fiefer spiele. Der ist grad richtig sauer. Gib ihm jetzt ne Nackenschelle. Schleich dich an. Und tu so, als würdest du vorbeigehen in den Kühlschrank. Und dann gib ihm die Nackenschelle. Geh einfach vorbei und tu so, als würdest du in den Kühlschrank... Nein, 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 das... Okay, der ist in der Pause. Der ist... Warum du... Warum du... Ja, warum denn? Warum du... Hä? Warum denn? Warum, warum treibst du so? Warum, warum treibst du so? Das war eine normale Nackenschelle. Die war nicht mal hart. Ja, okay, war nicht hart. Das ist so ne Sau. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Du bist nie einig. Phil! Wo? Wer war das? Wer war das? Wer macht das, Digga? Das ist doch Scheiße. Ich hab alles verloren. Ich hab alles verloren, ne? Ich glaub nicht. Oh, der heilige Scheiße. Oh! Was macht der, Junge da? Was macht der, Junge da? Du bist ja auch um 10. Warum bist du so dumm? Hörst du mich? Ja. Ejo, du hast jetzt echt Schwierigkeiten, Digga. Sag ich dir, wie ist das Bruder? Ja, du schaust einfach andere Streams an, Digga. Während du tot bist, Bruder. Das geht so nicht mehr. Äh, wir müssen dich jetzt leider erstmal für eine Woche bannen, Digga, damit du Bescheid weißt, ja? Wirklich jetzt? Was? Was? Das allerletzte bist du! Ne, das haben die nicht getan. Ne. Die haben nicht Freund gegendert. Freundinnen. Jetzt hab ich alles gesehen. Das Retalkchat. Ich hab das noch nie gesehen, das Wort. Ich komm nicht klar auf mein Leben. Was ist passiert? Soldatin. Fahrer. Rinn. Rinn. Was brauchst du da für ein Zeug? Ganz normale Zigaretten. Ja, die waren nicht mein Kaliber, glaub ich. Die schreien immer mehr, ja, ich schwöre, ich muss noch gleich offline gehen. In dem Zimmer. Was ist das für eine Party, die ihr hier feiert? Achter Geburtstag. Achter Geburtstag. Achter Geburtstag. Oh mein Gott, achter Geburtstag. Ich find die Lache von Gigant oder Gigant. Gigant. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich find die so göttlich. Die ist so witzig. Wenn er lacht, dann wird einfach einem warm ums Herz. Der ist Corrado. Oh nein. Ich will, dass da oben wieder ein Stadion spreche, nicht wie vor 20 Jahren. Ich will, dass die Kohle reinkommt in den Verein. Vor 20 Jahren haben die doch nicht mal alle noch gelebt, oder? Oder die waren die doch nicht mal noch geboren. Oh nein. Der sieht einfach aus wie er. Das sieht einfach aus wie er. Ich bin doch mal verwandt oder so, oder? Facktation. Stimmt, aber wie? Einmal an den kleinen Charak, der sich verlaufen hat. Der kleine Charak, bitte zur Kasse. Sollen wir den zu Kasse 1, Dankeschön. Fahren sie einmal um die Insel. Dann kriegen sie auch mal 500 Autopps. Ich glaub'n sie mir. Okay, Wahnsinn. Was? 400? Ohhhh, 94! Ahhhh, keine Scheiße! Ich glaub' das war auch schön. War ziemlich spannend. Äh, das war ziemlich lustig, wirklich. Also... Die Reaction von Chevy Schnurbel hat alles geflickt. Also, du kleiner... Das war ziemlich cool. Abonniert gerne den Channel. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok bei... Linkst mir mal hinten in der Video und... Boah, ist so genial. Und tschau. Wert an, wer extra, wenn sie thin countriesнут sind. Also, n、 wer noch nicht so сложно. Das war's ja. Basst du Lerin im Treifen. Schaut zu blah, bist du einfach nicht mit dir. Merk dich weg. Und da müssen mal jagen... Das war schon mal já. Wir gewagieren uns wie Deutschland. So war's ja nicht. Ja, wie das heißt. N, 不ingaודcedes. T 협bar' die如何. Jetzt kollabierensẻ mit Stativti.